Das Gymnasium Steglitz und die Käthe-Kollwitz-Grundschule sind die Sieger des diesjährigen 40. Drombo-Cups in der Sömmeringhalle. Der von der Commerzbank gesponserte Drombo-Cup ist Deutschlands größtes Hallenfußballturnier für Grundschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen bis zur 6. Klasse. Rund 100.000 Schülerinnen und Schüler spielten seit 1975 um den begehrten Drombo-Cup, darunter unter anderem Jérôme Boateng, Kevin Prince Boateng, Pielet Barsky, Thomas Häsler und Christian Ziege. Bis zum nächsten Mal.